Merit Becker ist eine deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin, Hörbuch- sowie Hörspielsprecherin und Sängerin. Bekannt wurde sie unter anderem 1990 durch ihre Rolle als »Rumpelstilzchen« in der Comicverfilmung Werner, Beinhard. In »Kleine Haie« wie auch im nachfolgenden Film »Rossini« oder »Die mörderische Frage, wer mit wem schlief« wurde die Rolle des »Aschenputtels« mit ihr besetzt. Weitere Bekanntheit erlangte sie durch die Fernsehreihe Tatort als Berliner Kommissarin Nina Rubin, die sie seit 2015 spielt. Leben Merit Becker stammt aus einer Künstlerfamilie. Sie ist die Tochter von Monika Hansen und Rolf Becker, die Stieftochter von Otto Sander, die Schwester von Ben Becker sowie die Nichte von Jonny Buchart. Ihre Großmutter mütterlicherseits war die Komikerin Claire Schlichting, ihr Großvater war Tänzer. Beckers Eltern trennten sich, als sie fünf Jahre alt war. Sie wuchs bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater in Berlin auf. Becker war von 1996 bis 2002 mit dem Musiker und Schauspieler Alexander Hacke verheiratet, mit dem sie eine Tochter hat. Karriere im Alter von fünf Jahren hatte Becker ihre ersten Fernsehauftritte in der ZDF-Kindersendung Rappelkiste. Als Elfjährige gab sie ihr Schauspieldebüt an der Seite ihrer Mutter in dem Thriller kaltgestellt und war mit ihr im selben Jahr auch an der Seite ihres Stiefvaters in der Mond scheint auf Kühlinermüll zu sehen. Mit 16 Jahren brach sie die Schule ab, um Schauspielerin zu werden. Erste Auftritte hatte sie ein Jahr später in einem Varieté in Berlin-Schöneberg. Nach ersten Rollen und Fernsehfilmen und Gastrollen in verschiedenen Krimiserien war sie ab 1990 vermehrt auch auf der Kinoleinwand zu sehen. 1990 bekam sie als Rumpelstilzchen ihre erste Hauptrolle in der Comicverfilmung Werner Beinhardt. Als exzentrische Straßenmusikerin in Kleine Haie wie auch die Rolle der Zille Vattusnik in Rossini, oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief wurde mit ihr als Aschenputtel, besetzt. 1992 war sie in Doris Dury's Happy Birthday, Türke eine Prostituierte und wurde mit dem Adolf-Grimme-Preis als beste Newcomerin ausgezeichnet. Für ihre Verkörperung einer psychisch labilen Polizisten-Witwe in Dominik Grafs Action-Thriller Die Sieger bekam sie 1996 den bayerischen Filmpreis als beste Nebendarstellerin. Es folgten weitere Kinofilme wie U. A. Und der Himmel steht still, das Leben ist eine Baustelle, Pünktchen und Anton, mein Führer, die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler, das Leben ist zu lang und Koko weh. In der Charlotte-Roche-Verfilmung Feuchtgebiete, die im August 2013 ins Kino kam, spielte sie die Mutter der 18-jährigen Hauptprotagonistin Helen Memel. Im Fernsehen agierte Becker 1996 unter der Regie von Ulrich Stark als Meister Diebin Charlie in der Komödie Diamanten küsst man nicht in der Hauptrolle. In Thorsten C. Fischers Katzenzungen, einer Geschichte von drei Freundinnen, die sich alljährlich zu einem gemeinsamen Kurzurlaub treffen, war sie 2003 neben Birge Schade und Ina Weiße als ihre Partnerinnen in der Hauptrolle zu sehen. 2011 spielte sie an der Seite von Anna Loos in dem Filmdrama Die Lehrerin eine Realschullehrerin. Daneben gastierte sie wiederholt in Krimireihen wie Sperling, Kommissarin Lukas, Marie Brandt und Unterverdacht. Wiederholt spielte sie mit ihrer Familie auf der Bühne und vor der Kamera. 1994 war sie neben ihrer Mutter, ihrem Stiefvater und ihrem Bruder im Polizeiruf 110, Totesgleis in der Rolle einer Sängerin zu sehen. 1995 stellte sie an der Seite ihres Bruders in dessen Theaterstück Sid und Nancy die selbstzerstörerische Nancy Sprungen dar. 1996 übernahm sie in der Filmkomödie Kondom des Grauens an der Seite ihrer Mutter und ihres Vaters die Rolle der Phyllis Higgins. 1999 spielte sie in Rosa von Braunheims Der Einstein des Sex eine Arbeiterin neben ihrer Mutter, ihrem Stiefvater und ihrem Bruder. 2013 war sie an der Seite ihres Bruders in dem Märchenfilm Die kleine Meerjungfrau in der Rolle der Meerhexe Maidre zu sehen. Im Oktober 2013 gastierte Becker erstmals in der ARD-Krimireihe Tatort in der Folge aus der Tiefe der Zeit des Ermittler-Duos Batik und Leitmeier. Anfang Februar 2014 wurde bekannt, dass sie gemeinsam mit Marc Waschke neue Tatort-Ermittlerin in Berlin wird. Seit März 2015 bildet sie und Waschke das Duo Rubin und Karo. Im Mai 2019 gab Becker ihren Ausstieg beim Tatort bekannt, der 2022 vollzogen werden soll. Für die Resident Evil-Reihe wurde Becker als feste Synchronsprecherin engagiert. Sie synchronisierte Mila Jovovich, die in der Hauptrolle der Alice agierte. Außerdem konnte man sie in dem Kinofilm Wüstenblume hören, für den sie Sally Hawkins ihre Stimme lieh. Merit Becker war 2003 eines der Gründungsmitglieder der Deutschen Filmakademie und gehörte deren erstem Vorstand an. Nach einer Pause wurde sie 2017 bis 2019 erneut für ihre Sektion Schauspiel als stellvertretendes Vorstandsmitglied der Akademie gewählt. Seit 2019 gehört sie wieder dem ordentlichen Vorstand an. Im Jahr 2021 erhielt sie für die Nebenrolle als Irene Moll in dem Spielfilm Fabian oder der Gang vor die Hunde eine Nominierung für den Deutschen Filmpreis zuerkannt. Im April 2021 beteiligte sich Becker mit zahlreichen anderen Schauspielerinnen und Schauspielern an der Protestaktion Hashtag Allesdichtmachen gegen die Corona-Politik der Regierungen des Bundes und der Länder. Neben ihrer Tätigkeit als Schauspielerin ist Becker auch als Musikerin und Chansong-Interpretin unter anderem von 1993 bis 1995 mit dem Kabarett-Ensemble As Vitalist tätig. Gemeinsam mit Nina Hagen interpretierte sie U.A., den »Alabama Song« und die »Ballade vom Förster und der Gräfin« von Bertolt Brecht. Für die deutsch-schweizerische Tragikomödie »Wer hat eigentlich die Liebe erfunden?«, komponierte sie gemeinsam mit Johannes Gwiesteck die Filmmusik. Im Jahr 1998 stand Becker für eine erotische Fotoserie in der November-Ausgabe des Playboy vor der Kamera. Auszeichnungen 1992 – Adolf Grimme-Preis mit Silber für Fremde, Sternchen, Liebe Fremde 1994 – Bayerischer Filmpreis für die beste Nebenrolle 1997 – Berliner Bär 1998 – Goldene Kamera als beste Schauspielerin 1998 – Deutscher Filmpreis als beste Nebenrolle 2004 – Maxopuls-Preis – Filmmusikpreis der Saarlandmedien GmbH 2012 – Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland 2016 – Berliner Bär als Ehrenpreis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017